Mein bisschen Neukölln, was ich mir mitgenommen habe, das muss man sich ja auch bewahren. Michel D., 32 Jahre alt, gebürtiger Berliner, zuletzt wohnhaft in Berlin-Neukölln, ist mit seiner Verlobten aufs Land gezogen. Wir begleiten ihn und fragen warum. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es war schon im Kopf, also das Bedürfnis danach irgendwie nach ein bisschen mehr Ruhe, nach ein bisschen Natur. Und das hat sich einfach so ergeben, das hat sich angeboten. Also meine Freundin hat ein Pferd und hier nebenan ist ja auch so ein Pferdehof. Da hat sich auch ihr Pferd zu stehen. Und wir sind halt oft hier gewesen, haben das Haus gesehen und dachten, cool, eigentlich wäre das doch traumhaft hier zu wohnen. Aber ein bisschen Neukölln bleibt immer. Ein bisschen ruhiger ist er geworden. Früher, ja als Neuköllner, da muss man ja auch ein bisschen, trinkt man auch ab und zu mal ein Bierchen irgendwie, schon Mittags und so. Mittlerweile trinkt er jetzt nur noch Saft, habe ich gehört. Also hat sich ein bisschen verändert. Also wenn du in Neukölln lebst, dann kannst du hier nicht so leben, als würdest du in Beelitz leben oder in Lichtenberg. Nein, du musst neben Wien Neuköllner. Du musst dich anpassen, das ist ganz klar. Was warst du nicht in Neukölln? Neuköllner? Michele? Michele? 100 Prozent. 100 Prozent? Nichts mal immer selten oder so. Nein, nein. Das hat nichts damit zu tun. Nee. Anfangs war es so, dass ich schon noch ziemlich häufig in Berlin war, weil ich meine, man muss sich auch eine Weile umstellen, das dauert ja ein bisschen. Und mir haben schon meine Freunde, meine sozialen Kontakte, das hat mir irgendwie gefehlt. Ich konnte noch nicht so richtig loslassen. Aber je länger ich hier bin, desto mehr genieße ich und ich komme auch zur Ruhe und das tut gut. Also ich muss sagen, mich stört das überhaupt nicht. Ich bin eher froh darüber, dass ich mal mit mir allein sein kann und nicht diese Ablenkung habe, weil man, wie gesagt, in Berlin und überhaupt in Städten, da ist einfach viel, viel Ablenkung da. Also man flüchtet und man nimmt sich auch nicht die Zeit, über sich nachzudenken. Also das habe ich hier und ich bin froh darüber und ich bin mir näher gekommen. Definitiv. Also da vermisse ich nichts. Doch Michele hat sechs Jahre in Neukölln gelebt, geprägt von Partys, Alkohol und Mädchen. Um der guten alten Zeiten willen, kommt er ab und zu nach Neukölln, seine alte Heimat. Ja, auf jeden Fall. Das fehlt mir schon ein bisschen. Ab und zu sehe ich die aber nicht mehr so oft wie früher. Hm, vermisst du uns? Bisschen. Wie denkt Toni, seine Verlobte über Haus und Mann? Und das hat sich ergeben, dass hier ein Haus frei geworden ist, das an den Hof angegliedert ist und dann haben wir uns eben gefragt, ob wir Lust hätten. Und dann haben wir kurz entschlossen, einfach ja gesagt. Auf jeden Fall ist er ruhiger geworden und lebt, glaube ich, nicht mehr ganz so exzessiv wie früher, so wie ich es mitbekomme. Sicher, seine Freunde sind ihm wichtig, aber Michele hat sich entschieden. Ja, also nach einem Jahr hier wohnen, finde ich auf jeden Fall, was die richtige Entscheidung herzukommen, beziehungsweise einfach rauszuziehen, ins Grüne. Ich kann es nur weiterempfehlen.